hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren demo dieses mal von hermafrost und wir begeben uns auf eine reise im ewigen winter müssen jagen luten bauen um zu überleben wir befinden uns im jahr 2035 und eine apokalyptische katastrophe hat die welt heimgesucht und ein schauriges land hinterlassen ja ich bin sehr gespannt ich hoffe ich muss wahrscheinlich gleich drin wenn ich drin im game bin noch mal ein bisschen den ton anpassen hier gibt es mal wieder ein bisschen musik aber ich entscheide spontan ob ich die anlasse kann aber auch sein dass wir hier nur im menü das bisschen musik haben das habe ich jetzt aber ultra leise gemacht erst mal und dann schauen wir mal rein neue geschichte okay erst mal charakter ausstellung wir können weiblichen und männlichen charakter auswählen viele sachen sind in der demo nicht verfügbar schau mal eben ob ich hier irgendwie was gelbes nehmen kann so dann natürlich milena und ich glaube man kann das spiel nicht speichern bin mir aber gerade nicht sicher wenn wir hier noch das hier anpassen fluffy ja wir bleiben doch mal bei rex auch wenn ich ihn natürlich lieber selber eingegeben hätte so ich meine es muss es gibt Oh mein Frust. Wo bin ich? Neue Questdrücke J. Okay. Ach ja, und es begrüßt euch natürlich Milena. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kurz vorab, ich nehme diese Folge hier nochmal auf. Jen, ich habe nicht richtig über die Grafikeinstellung geschaut. Und das sah gar nicht mal so geil aus. Also praktisch war hier gar nichts so richtig eingestellt. Keine Ahnung warum, eigentlich normalerweise passiert das automatisch. Aber jetzt habe ich es ein bisschen angepasst. Aber ja, muss es halt einfach nochmal machen. Zweite Folge habe ich schon aufgenommen. Also, falls irgendetwas komisch ist in der ersten oder zweiten Folge. Und vom Gequatschen nicht zusammenpasst. Daran wird es dann liegen. Finde heraus, was passiert ist. Das ist deine letzte Erinnerung, dass du vor Kälte und Erschöpfung ohnmächtig geworden bist. Sprich mit der Fremden. Eine verletzte Frau sitzt dort am Lagerfeuer. Mit ihr zu reden könnte dabei helfen, mehr über die Geschehnisse in Erfahrung zu bringen. Gut, das ist gerade meine Aufgabe. Ui, ja, so sieht das viel, viel schöner aus. Schade, dass mir das nicht schon beim Spielen aufgefallen ist. Ich werde hier direkt mal die beiden Kisten plündern. Aber so ist das nun mal. Dann ist meine Aufgabe, sprich mit der Fremden. Mache ich dann mal. Bekommen wir irgendwie scheinbar gar nicht zu Gesicht. Ich habe nämlich nur diesen Modus hier. Okay, sie gibt mir... Was hat sie mir gegeben? Keine Ahnung. Ich frage sie, ob sie noch Hilfe braucht. Und dann... Da hatte ich damit eine Nebenquest. Mittlerweile weiß ich, das sind so... Material Quests. Okay, drücke J, um das Sagebuch zu eröffnen. Und alle Haupt- und Nebenquests zu sehen, um zu verwalten. Das habe ich gerade schon gemacht. Ohne Momento. Da habe ich jetzt hier die Nebenaufgabe aufwärmen. Sammle etwas Holz. Blablubblub. Und dann haben wir noch die Hautaufgabe da drüben. Den fetten gelben Ausrufezeichen. Aber ich soll dann jetzt erstmal ein bisschen was sammeln. Auf der 1 habe ich ein Messer. Auf der 2 habe ich... Oh, viele Tiere. Meine Achse und dann besorge ich mal ein bisschen Holz und soll dann das Feuer anwerfen. Werd' mir aber direkt schon ein paar mehr mitnehmen hier. Fünf Stunden später. Feuer. Etwa von einem Feuerkorb oder Lagerfeuer wärmt dich, wenn du dich ihm näherst. Behalte das Thermometer in der rechten oberen Ecke des Blödschirms im Auge. Genau. Habe ich auch total vergessen. Wir haben minus 13 Grad und 14 Uhr 3 Grad. Das reicht schon. Ich soll heute zum Feuer gehen. Werfe hier schon mal was rein. Und soll dann wieder mit Anna sprechen. Mach ich? Kein Problem. Drücke Tab, um das Herstellungsmenü auf der rechten Seite deines Inventarbelchirms zu öffnen. Hast du genügend Material bei dir? Blicke auf Herstellen. Das war leider zu schnell. Aber das hier wäre das Menü. Und da ich gerade schon die Kisten geplündert habe, habe ich hier Seil. Könnte ich selber machen aus Stoff. Den habe ich bisher auch nur gefunden. Und dann nochmal eine Kleinigkeit. Boah, wie geil das aussieht, wie der feine Schnee hier so runterrutscht. So, was wollte ich gerade sagen? Achso, man kann das Spiel nicht speichern. Darum hatte ich auch so eine Schwierigkeiten. Würde ich hier Folge nochmal aufnehmen und so weiter. Und überhaupt eine zweite Folge aufzunehmen. Mega ärgerlich, aber okay. Noch ein paar Pfeile brauche ich. Okay. Die werden einfach aus Stämmen hergestellt. Und dann habe ich hier einen Rucksack. Hier habe ich ein paar Slottis von meiner Uniform und hier von meiner Hose. Da kann ich überall was reinstecken. Und später, das weiß ich ja jetzt schon, weil ich die nächste Folge schon aufgenommen habe. Hoppala, mein Zelt. Weiß ich schon, dass wir größere Rücksäcke finden können. Na toll. Der ist abgedampft. Jagen ist total easy, muss ich sagen. Hatte ich jetzt am Anfang schwerer erwartet. Aber dafür halten die Mahlzeiten auch nicht wirklich lang. Zumindest die nicht, die man am Anfang hier machen kann. Das wäre eigentlich noch ganz schön, wenn ich noch einen weiteren erwischen würde. Dafür müsste ich noch ein bisschen weiter rein. Die Sträucher kann man auch abrupfen. Da bekommt man dann auch Holz von. Ah, das war ein bisschen zu eilig vielleicht. Ja, schade. Da unten wäre noch einer. Aber egal, ich glaube, um die Fests abzuschließen, habe ich schon mal alles. So, ja, also man kann die Demo praktisch einfach nur unendlich spielen. Aber man kann nicht abspeichern und da nochmal wieder laden. Leider. Und daher wusste ich schon eh nicht, wie ich das mit der zweiten Folge machen soll. Habe es aber dann geschafft, die heute Vormittag aufzunehmen. Wir haben Wochenende. Bring Anna das Rohfleisch. Wie viel habe ich denn da bekommen? Ähm, viermal, ein paar Knochen, ein bisschen Tierfett und auch Tierhaut. Super. Sag Anna, dass du das Fleisch hast. Jööö. Achso, warte jetzt mal. Genau, das habe ich nicht... ...in der ersten Folge nicht gefragt. Mache ich jetzt aber mal. Frag sie mal, was sie meint mit wertvollerem Essen. Okay. Weder zum Kochen eine Primärzutat. Ähm, mach das einfach direkt mal. Oh, mein Feuer ist einfach verschwunden. Ich habe hier extra nicht so viel Holz reingepackt, weil... ...während ich unterwegs war, ist es dann einfach weggebrannt schon. Also, wir machen Feuer. Legen praktisch hier ein Stückchen Fleisch rein. Ich habe das dann erst in der zweiten Folge gemacht. Aber hier kann ich das einfach schon mal mitnehmen. Weil ich eh wahrscheinlich... Achso, anmachen erst mal. Schneller sein werde. Und dann spiele ich einfach bis genau dahin, wo ich schon war. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber... ...die zweite Folge wird dann noch ein bisschen länger. Damit man einfach ein bisschen mehr vom Spiel sehen kann. So, und das verbrate ich ohne Kartoffeln. Das eine war dann nämlich jetzt das Wärmende. Hier, das Gericht, das sich in der Kälte warm hält. So. Perfekt, Jo. Dann hat sie noch eine Aufgabe. Okay, wir bekommen von ihr in der richtig Gute. Dann später. Ich muss mir aber erst mal eine herstellen. Dafür brauche ich noch ein bisschen... Woppa! Noch ein bisschen Baum. Wow, und dann muss ich mich beeilen. Beim letzten Mal war ich schneller. Okay, nehme ich alles mit. Auch wenn ich eigentlich nur zwei brauche. Okay. Die habe ich jetzt auf der Fünf. Und dann... Voila. Nein, da. Dann schon mal meine Taschenlampe anmachen. Wo ist die Höhle? Die Puma-Höhle. Wow, gruselige Musik macht sich breit. Beziehungsweise sind mehr so eine Töne. Ach, wir haben ein Kreismenü. Okay. Habe ich auch beim letzten Mal noch nicht herausgefunden. Wir haben minus 16 Grad. Habe aber nicht gesehen, ob das auch für draußen... Also, ob wir draußen auch selbe Temperatur haben. Ja. Wir haben hier seit Stunden geliefert. Der Schnee-Bereich wird schwer. Keine Person kommt. Ist es? Nein. Nicht bis morgen bis heute. Wir müssen es nur warten. Hör. Wenn das jemanden kommt... Warte. Hörst du das? Stopp. Nicht schreien jetzt. Nein, es ist nur der Wind. Hör. 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 Mhm, das war definitiv nicht der Wind, nein. So, ich mache mich dann schnell vom Acker, weil ich nämlich immer noch nicht weiß, ob hier tatsächlich ein Puma lebt in der Höhle. Vielleicht war der gerade unterwegs und kommt eventuell gleich wieder. Boah, geil, die Fußspuren. Aber das möchte ich nicht ausprobieren. Also schnell wieder zurück. Das Feuer ist einfach fast komplett verschwunden. So, ich habe da ein Kram. Perfekt, Jo. So, dann bitte erstmal beenden. Danke. Dann sollte ich mir erstmal was zum Fudern reindrücken, weil ich mich schlafen lege. Und dann hatte ich ja hier das Zelt wollen. Perfekt, rein. Dann werde ich mich ein Ründchen schlafen legen. Denn wir haben dieses Zelt hier. Sieht irgendwie komisch aus hier. Das ist so eingeschneit und eingefroren ist, aber okay. Und wir können das Zelt scheinbar überall aufbauen und immer mitnehmen. Ich habe aber auch in der anderen Folge schon einen Schlafsack gefunden. Damit können wir uns, glaube ich, einfach in ein Gebäude legen. Schaue ich mal. Okay, und dann bin ich rübergegangen zu der anderen Aufgabe. Oh, ich müsste erstmal vielleicht frühstücken. Jo, besser. Ach, so ganz andere Stimmung auf einmal. Ach so, by the way, habe ich am Anfang gedacht, da vorne es wäre ein See. Aber das sind so kleine Gebiete, wo es einfach ein bisschen kälter ist. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Sie zeigt seine gegenwärtige Position an. Festziele, bla bla, ist alles markiert. Ja, stimmt. Wir haben hier auf der Suche nach der Jägerlichung hier schon irgendwie voll viele andere Sachen aktualisiert. Aber wir sollen jetzt erstmal da vorne zu dem Turm. Das sind praktisch so ein bisschen so Gebiete, die schwieriger sind, wofür man eine bessere Ausrüstung benötigt. Weil man sich dort einfach sonst zu Tode friert, wenn man das nicht hat. Oh, Kiste looten. Muss einfach nur nah genug dran gehen. So, ich gehe noch nicht hoch, weil normalerweise ist hier irgendwo mein Hund gewesen. Aber jetzt ist er gerade nicht da. Okay, vielleicht finde ich ihn später. Doch, da ist er. Oh nein, habe ich ihn auszusehen? Fluffy genannt. Ach nein, warte mal. Ich glaube, ich habe gar kein... Ja, ich habe gar kein rohes Fleisch mehr übrig gelassen. Das ist der Hund, den wir am Anfang gesehen haben. Okay. Aber dann folge ich jetzt erstmal der Aufgabe. Wenn wir den mit einem Stück hier in rohem Fleisch füttern, dann kommt er mit uns mit und hat auch ein kleines Inventar. Oh Gott, ist das nebelig. Man sieht hier gar nichts, ne? Okay, aber dann quatsche ich mal mit ihr. Verrate ihr, dass Anna dich schickt. Speaking of the devil, I'm picking up some transmission. This is Ethan Kane. Hope you can hear me, Robin. My team went missing. You must send someone to help me find them. I received some signals from few directions, sending you coordinates. Prepare temporary base, and keep looking out for any survivors. Do not leave your post. Over. Can't handle this on my own. We lost most of our crew. But my f... I mean, Sheriff Ethan still doesn't know that. Just can't bring myself to tell him. I'm going to need your help with that base. In exchange, I can give you a good weapon. Oh, and the sheriff gave me the last coordinates of the survivors. I'll send them to you. If you could find out anything more, that would be great. Okay, tausend neue Aufgaben gefunden. Machen wir mal Dialog beenden. Wir sollen jetzt nicht... Aha. Schaut mal. Da sieht man nämlich die Stadt unten. Und man kann da wirklich auch überall noch hin. Okay. Hier wird aber natürlich erstmal geplündert. Es sieht einfach so krass aus hier überall. So, Aufnahme anhören. Währenddessen räume ich hier mal alles ab. Yep. Okay. So, we're heading out to search for survivors. Robin, you'll stay at Hunter's Glade in case someone shows up. Is everyone clear on their assignments? Okay, ich gehe wieder runter. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe gerade noch ein bisschen was gefuttert. Hallo, Fluffy. Damit ich das Geld mitnehmen kann. Denn ich habe am Anfang gedacht, das wäre eventuell irgendwie mal nützlich, um Feuer anzumachen. Aber es ist tatsächlich für... Hoppa. Also man handelt hier noch damit. Okay, und dann baue ich das so ähnlich auf, wie ich das davor auch aufgebaut habe. So, muss mir dann nur gleich noch ein bisschen Holz holen. Vielleicht bekomme ich dann auch noch einen Hirsch. Wäre super. Könnte ich mir Fluffy schon zähmen. Okay, das war es auch schon. Das Baumenü ist auf B. Ich habe nur leider keine Wand mit Fenster gefunden. Da sehe ich auch gerade keine Tiere. Schade. Mein Inventar ist auch nicht so riesig. Also komme ich auch gar nicht mehr. Ich habe nur noch einen Slot rein. Ich glaube, zweimal zehn. Holz kann ich da max rein donnern. So, toll. Meine Axt hat sich verabschiedet. Kann ich mir eigentlich auch noch... Ja, Feuersteinachs hält wahrscheinlich eh viel länger. Dann würde ich die rauswerfen. Wo war das schmal? Ja. Ich würde die rauswerfen, die dafür einsammeln. Perfekt. Okay, nehmen wir ein Schafäul. So, mit der rechten Maustaste komme ich dann in dieses Menü hier und kann mir dann ein paar Wände bauen. Da ist dann so ein Pfeil dran. Nehme mal an, der muss nach außen zeigen. Da war ich mir nicht sicher. Kann ich auch nicht wirklich erkennen an den Fundamenten. Okay, dann vielleicht schon mal eine Tür. Ja, da sieht man jetzt auch den Pfeil. Ich glaube, ich würde mir hier aber gerne ein Fundament noch vorbauen. Wenn die Tür geht nämlich nach außen auf, dann ist das Reingehen so komisch. Das ist schon beklemmend irgendwie. Und dann baue ich mir das Ding hier auch einfach wieder auf. Auch wenn mir das eigentlich zu offen ist. Ich vermute mal, damit kann man sich einfach irgendwie eine coole Terrasse bauen, die dann einfach schon so eine Art Balken hat oder so. So, dann wäre die Nummer schon mal gelaufen. Und ich habe kein Material mehr. Also muss ich nochmal los. Alle weiteren Aufgaben, das habe ich in der anderen ersten Folge komplett durcheinander gemacht, aber man bekommt nachher sowieso die Aufgabe, macht ihr ein Bett und macht ihr ein Feuer. Aber ich hatte schon so einen Hunger. Dann habe ich da einfach schon vorgegriffen, boah, die Achse ist deutlich besser. Wieder Inventar voll. Die Sachen fallen dann auch einfach aus meinem Inventar. Kann ich ja hier schon mal anfangen. Noch ein Treppchen, bitte. Okay, damit erfülle ich nur die ganze Zeit nicht meine Aufgaben. Denn, was ich eigentlich hier noch machen soll, ist ein Dach bauen und eine Holztür. Okay. Tür bekomme ich noch hin und auch noch eine Wand. Soweit habe ich gebaut. Dann bin ich wieder auf demselben Stand auch. Okay, dann steht da aber eine Werkstatt. Baue erstmal Türchen auf hier. Ein Bett, sammle noch mehr Holz natürlich. Ja, ich müsste mal da ein Stückchen reinlaufen. Obwohl, warte mal, ich baue mir mal zuerst die Kiste, damit ich ein bisschen was weglegen kann. Woppa. Was tun da? Ja. Mhm. Dann kann ich schon mal so Sachen wie Geld und Tierhaut und keine Ahnung erstmal hier wegpacken. Werde ich ja wahrscheinlich unterwegs nicht brauchen. kann aber gleich mehr Holz mitnehmen schon mal. Die Leuchtpistole werde ich auch mal erstmal hier reinpacken. Okay. Und dann nochmal Material besorgen. Hey, ich finde das irgendwie voll interessant. Ich habe leider noch keine Ahnung, wann das Spiel rauskommt. aber ich finde es richtig geil, dass mir zufällig diese Demo vorgeschlagen wurde. Denn ich wäre eventuell auch interessiert, das dann auch zu spielen. Also auch in der Vollversion dann. was mich vor allen Dingen auch interessiert, was hier noch so für Gegner kommen. Also einige kenne ich ja schon, da darf ich mich jetzt nicht verblabbern, aber was da eventuell später noch für Gegner kommen. So, pack voll da. Damit habe ich schon mal die Menge. Die erforderliche Menge. Opa. Hilfe. Komische Geräusche. Da vorne irgendwie noch eine andere Hütte. Da darf ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht so weit rein. Aber dann ist es wild. welches ich benötige. Leider. Boah, ich glaube, der ist auch wirklich genau da drinnen. Mich jetzt aber beeilen. Das ist nämlich dieses Gebiet, wo ich anfange zu frieren. Was ich aber eigentlich erst in der nächsten Folge herausfinde. Also, bitte. Achso. Hier bin ich noch gar nicht reingegangen in das Menü. Speichern und Geschichte laden ist halt noch gesaved. Randsplitter brauche ich nicht. Nein. Also, Feuerstein kann es auch erstmal nur in Truhen und in der Höhle oder vielleicht auch in anderen Höhlen geben. Level mich hier andauernd. Dann steht da, ich sehe das auf J, aber hier. Fertigkeiten. Levelt sich aber einfach automatisch und ich kann mir das angucken. dann haben wir hier noch die Werkbank. Oh, hier könnte ich mir eigentlich schon einen Schrank auch bauen. Der war aber bei mir am letzten Mal noch nicht freigeschaltet, also bleibt die Kiste. Ein Feuerchen. Mit Möbeln könnte ich mich auch schon mal ausstatten, aber muss ja nun nicht sein. Ich brauche ein bisschen Stoff, wenn ich mir auch ein Bett bauen kann. so und dann wird sich die Aufgabe aktualisieren und ich soll wieder zu ihr zurückgehen. Aber dann schaue ich mal erstmal hier rein. Was hier wichtig ist, man kann hier seine Sachen reparieren, wenn die Haltbarkeit da abgelaufen ist und ich habe zur Reparatur von einer normalen Steinachs zum Beispiel kein Holz gebraucht, sondern einfach nur Steine. Wenn ich das so herstelle, brauche ich immer zweimal Holz, aber zum Reprieren nicht. Mir ist aber noch nicht aufgefallen, ob wir zum Beispiel Haltbarkeit verlieren, gibt es ja auch so in anderen Spielen. Ich muss mal was zu vordern reindrücken. So, und dann ich muss mal eben schnell raus. Ich will immer speichern, aber es geht ja nicht. Denn ich habe ja Fleisch, also gehen wir mal zu Fluffy. Boah, das ist gerade übelnebelig. Äh, Fluffy? Fluffy finde ich gerade nicht. Dafür habe ich Blut gefunden. Oh, geil. Einfach schon mal mit den ersten Werkzeugen. Aber wo ist nur mein Hund hin? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich muss erstmal schlafen. Das ist mir nämlich ein bisschen zu gruselig. Ich soll sowieso mich schlafen legen. Ich bin eh komplett kaputt. schlafen. liege ich eigentlich neben die im Bett? Warum hat sie sich nicht ins Bett gelegt? Warum bin ich binnen der Nacht wach? Das finde ich aber gar nicht mal so schön. Ich schlafe mal noch ein bisschen. Bin zwar ausgeschlafen. In der ersten Folge habe ich dann auch noch gesucht, wo ich die Anzeige habe ob ich durstig bin, aber die scheinen wir hier gar nicht zu haben. Einfach nur Hunger. Gott, ist das grell. Da ist Fluffy. Bitte kommen sie her. Oh, da ist er gezähmt. Hier ist sein Inventar. Aber gerade irgendwie so ein blöder Grafikfehler. Ich will ihn aber noch streicheln, bitte. Oh, ich habe Hunger. Beeil dich. Gute Lady. Oh, ist ein Süßi. Oh, ich habe mein Essen in die Kiste gelegt. Ja, super. Boah, man verliert ja richtig schnell Leben, wenn man nichts zu vodern hat. Okay, Glück gehabt. Also, weit kommt man nicht mit einem leeren Magen. so, dann werde ich mich hier mit Fluffy zusammen dann von euch verabschieden. Ich habe es dann so gemacht, ich habe noch mal bis hierhin gespielt und habe dann noch mal, keine Ahnung, wie lange die Folge dann wird, aber noch mal ordentlich was aufgenommen, dass man hier noch ein bisschen mehr sehen kann von der Welt und somit auch von ihm angespielt und dann werde ich mich hier nun von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen mein Träumchen und Öl mit Öl. Öl 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 Öl